Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, liebe Abonnenten, zu einem kleinen, was heißt kleinen, wir wissen ja gar nicht, wie groß das Projekt sein wird, zu einem Together für, ja, da hab ich mir den Sparricks geholt, für, ja, da hat man schon seine dreckige Lache, denn ihr kennt vielleicht Sparricks aus seinen Super Meat Boy Zeiten und dieses kleine Spiel, genannt Bloody Trapland, ist genauso was ähnliches wie Super Meat Boy und da hab ich mir gedacht, da holst du dir den Sparricks, der hat ein bisschen Erfahrung, ihr seht hier schon Blut überall, weil man kann den Gegner auch ganz leicht einfach, also es ist ein Koop, ne, und man kann den Gegner aber auch eliminieren, wenn man sich falsch verhält, sag ich mal so viel, was auf euch zukommt, ist glaube ich jede Menge Rage, jede Menge Gefluche und vielleicht ein paar Tränen der Emotionen, wenn wir das tatsächlich irgendwann mal schaffen sollten. So, ich übergebe jetzt das Wort mal an dich, weil, ich denke mal, wir beginnen, ich bin übrigens hier der Rote, sieht man ja schön am Namen und so, ich wollte eigentlich blau sein, aber, naja. Tja, gut, um blau zu sein, da muss noch ein bisschen was kippen, dann wird man automatisch blau, aha, ich klopfe dafür mal auf den Tisch. Ja, und auch von mir ein Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, ich bin's, euer Sparricks, ich, äh, muss, äh, dem, der herren, liebe Lubo, nochmal danken, dass er mir das Spiel besorgt hat und mich, äh, mit runter in die Hölle gezogen hat. Und, ja, ich glaube schon, und, ja, wie man unschwer sehen kann, bin ich der Grüne mit seinem, äh, Schnuffeltuch und, ähm, das, was Lubo gesagt hat, äh, sagt eigentlich schon alles aus und ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach mal los, oder? Wie die, 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 wie die Katze von Cartman. Miau. Nein, Mietz, böse Mietz. Okay. So, ja, fangen wir einfach mal an, gut. Du hast die Demo ja ein bisschen angezockt, das ist die Vollversion. Ja, deswegen lass ich dich mal, äh, vorlaufen. Ach, mich? Ja, ja. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt, ach, das geht auch, wir müssen ja gar nicht beide durch. Ja, das ist ja schön. Don't jump steh, ach so. Ach so, ja, richtig. Oh, nein. Ich warte schon mal drüben auf dich. Okay. Sehr schön. Super. Ja, wir, wir machen das einfach so, dass, äh, weil es ist ja easy, wenn du jetzt zum Beispiel, ja, jump, rush einfach durch, mach einfach einen Speedrun aus dem Game. Mach ich. Ähm, wir machen das einfach so, dass, wenn einer auf der anderen Seite ist, äh, auf den anderen wartet. Ja. Oh, weil es ist ja blöd, wenn du jetzt da durchrushst und ich nichts mache im Endeffekt und dann, äh, du dann. Ja, und so machen wir das. Warum machen wir das? Ich hasse sowas. Ich hasse so Plattform-Dinge. Nein! So, während Lube da jetzt versucht, da rüber zu kommen, erzähl ich mal, wo das Ganze, äh, wo es das Spiel zu erwerben gibt, ne. Ich werde das Ganze nochmal unten in der Videobeschreibung verlinken. Das Spiel gibt es, ist erhältlich für Dezura und kostet stolze 8 Euro. Oh, du hättest da nicht stehen sollen. Ja, jetzt würde ich da weggehen, wenn ich... So miesen, ey. Oh, holy shit. Wo warst du stehen geblieben? Äh, sag ich dir dann. Ne, ich meine jetzt, äh, grad eben. Achso. So, ja, ähm, ja, ist egal, ich bin der Soße vorbeigekommen. Oh, das Ding leckt hier aber ein bisschen. Oh, okay, jetzt vorbeigekommen. So, auf diese Stelle freue ich mich, wie Lubo das vermeistern wird. Tap, jump lightly. So, ja, das Spiel gibt es, ist für Dezura erhältlich. Dezura ist sowas ähnliches wie Steam. Nur für mehr Indie-Games und kostet 8 Euro. Das kann man bis zu 4 Spielern spielen. Und, äh, ja, ich habe, wie Lubo schon sagte, habe ich die Demo schon gespielt. Mann! Ich komme da mal rein zu gucken, um mich mit der Materie mal ein bisschen zu befassen. Und, äh, ja. Diese kleine Stelle erinnert mich übrigens bei den Super Mario-Kaizo-Hacks, diese leichten Spin-Jumps. Ja, das ist ja egal, geh einfach weiter, ich war ja drüben. Oder willst du mich... Nee, ich muss es nochmal schaffen. So sind die Regeln. Alles klar, gut zu wissen. Gut zu wissen, okay. So. Oh! Achso, scheiße. Oh. Trotzdem. Mann. Ich dachte schon, ich muss nochmal machen. Da kann man sich doch... Ich dachte, man kann sich da festhalten. Nein, das funktioniert nicht. Hey, Yolo. Hä, kommt man da nicht hoch? Oh, sorry. Oh, Mann. Kann ich diesen Teamkill nicht irgendwie eine ausstellen? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich glaube, das ist, äh, noch sehr, äh, relevant, wenn wir jetzt, äh, Teamkills haben oder nicht. Weil das wird nämlich später dann im Verlauf des Spiels, glaube ich, sehr lustig werden. So, ich lasse dir den Vortritt. Ja, lass mir mal den anfangen. Hier. Oh, yeah. Oh. Loop. Hins drüben! So. So. Oh! Ich hab das Ding da oben gar nicht gesehen. Werde. Erfst du, ich bin tot! Mach das doch mal. Oh! So, das sind die Regeln, mein Freund. Ich lasse dich. Ja, schaufel dir nicht dein eigenes Grab, ne? Jetzt machen wir einen schönen Jump. Ja. Guck mal, wie ich hier durchrushle. Kein Problem. Wupp. Oh. Sehr schlimm. Sehr schlimm. Ich bin aber überlegen, ob ich immer noch mit dem Stick oder mit dem, äh, Digital Pad zocken soll. Oh, warte, guck mal. Kann man da hoch, irgendwie? Hm, in der Demo hab ich's zumindest nicht geschafft. Ich weiß nicht, ob man das, ich glaub, eventuell kommt man da, wenn man zu zweit ist, so. Weißt du, wenn du springst und ich auf dich drauf springe, zum Beispiel. Zum Beispiel. Warte. Ich meine, wir können's ja mal versuchen, weil es gibt ja auch ne Overworld und da kann man gucken, äh, spring du mal, ich pushe ihn nach oben. Ähm, ne, ich glaub, du musst, warte, spring einfach und dann hüpfe ich hoch, so damit du auf mich landest. Okay. Nein, das geht gar nicht im Flug, oder? Weiß nicht, sehen wir dann. Sehen wir dann, sehen wir dann. Hätte, hätte eigentlich klappen müssen. Ja. Gut. Schade, dass man nicht kriechen kann. Oh, nee. Double Explosion! Oha. Jetzt geht das hier wieder los, ey. Mann! Mm, mm, mm. Das ist auch ein Roll, yeah, 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 yeah. Aber noch, noch hält sich meine, meine Wut in Grenzen. Ja. Noch ist das ja, noch macht das Ganze mir relativ spa... Ja, relativ spa-ricks. Pum, 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 pum. Jetzt aber. Ja, wunderbar. What? Down, up in... Oh, shit! Das hätt ja, das hätt ja irgendwie, das hätt ja klappen können, irgendwie. Fuck, fuck, fuck! Oh! Oh, nice. Skill, junger, skill. Nice. Oh. Nope. Ja, ich komm nach. Ja, ja, mach komm nach. Ich will ja mal mit einem Ding spielen, das funktioniert doch nicht. Wo bist du denn jetzt draufgegangen? Ich bin in der Lava gestorben. Weil ich mir immer zu blöd war. Oh! Oh! Und wie der King rushe ich hier durch! Oh, Jesus! Oh, Gott! So, jetzt hab ich ausgeschafft. So, warte, kann ich da nicht einfach... Oh, mein Gott. Hier fliebe ich hier runter. Bitte nicht, bitte... Ja! Auf dich drauf jumpen, hätte ich auch... Ach, du Scheiße. Wow! Nein! Da hat mich der Falcon Punch noch erwischt. Er strengt sich eiskalt an. Falcon Punch! Oh! Scheiß Arsch auf Spiegel. Was war das denn, ey? So. Er läuft schon mal gut eigentlich. So, das Level, das ist für mich jetzt wieder blind. Das war das letzte Level, was es in der Demo gab. Ach, das war schon das letzte? Ja, richtig. Das heißt, ab hier kenne ich es nicht. Dieses Ding da unten tut mich irgendwie ein bisschen mehr Angst machen. Oh, was? Hä? Oha. Ah, warte. Oh, scheiße. Ich glaube, ich habe es. Ach, ja, warte, ja, sicher. Man kann sich auch ducken, ne? Ja. Oh, nee. Oh, nee, oder? Wieso komme ich hier? Verdammt, nochmal. Ach so. Nein. Oh. Ach so, ach, ich bin so dumm. Es wäre geiler, wenn dein Blut... Oh. Ich hasse dich. Wenn dein Blut grün wäre. Ja. Hä, warte. So, ich warte einfach mal, bis du hier oben bist. Ja. Ach, Double. Ja. Oh, my shit. Warte. My turn, bitch. Er schafft das beim ersten Mal. Ein Scheiß ist das blind für dich. Ich habe jetzt Angst zu springen. Ich will jetzt nicht, dass das Level da jetzt beendet ist. Ich will ja auch, dass du hier hochkommst. Mann. Warte, warte. Ich habe es gleich, ich habe es gleich. Oh. Oh. Yes. Sehr schön. Ah, siehst du, beim ersten Mal. Was machst du mit dem Block? Wieso grünzt das Ding? Oh. Oh. So. 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 Er killt mich eiskalt. Meiter. Oh, hart. Was kannst du nicht schaffen. So ist gut. Lenk ihn ab. Lenk ihn ab. Ich mach. Oh. Wir können ja keinen Double-Job machen. Ne. Warte, ne. Die Tasten gehen alle nicht. Moment. Vielleicht dorthin? Ich glaube einfach mal... Oh, hart. Hä? Oh. 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 Lubo. Warte. Lass es mich machen. Ausweichen. Mein Gebaus. Ah, Vater. Scheiße. Ich war jetzt so... Ja. So ist gut. Lenk ihn ab. Lenk es ab. Lenk es ab. Es ist auf dich, wie sie es jetzt schon klauen. Ja. Okay, das hättest du sowieso geschafft. Ja, eben. Nein. Ich hab gedacht, ich bin der Pfeil links oben. Oh. 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 Janks. Oh, wieso mach ich immer dasselbe? Das ist unglaublich. Oh, was? Von der anderen Seite kommt ja auch noch einer. Oh. Oh, hart. So, ich bleib jetzt hier oben. Mir egal. Oh. Okay. Nein. Oh, mein Face hier. Jesus. Oh, fuck. Oh. Jetzt hat mich deine eine Kugel getroffen. Ja, ja. Das sind wieder meine Kugeln. Wenn du stirbst, das ist wieder meine Schuld. Geh weg. Ja, Alter. Du läufst ja ja nicht vorbei. Oh, fuck, Mann. Oh, hart. Leute, so nebenbei, ne? Wenn ihr, äh, sagt so von wegen, äh, Loop ist ja gar nicht so schwer und so. So, ich warte jetzt einfach hier. Spiel jetzt einfach selber. Es ist... Ah. Ah. Du scheiß, wie. Miau. Die Schnauze, Mies. Wenn ich stehe, dann, oh, dann trifft die mich. Oh, mein Gott. Dieser... Okay, warte. Ganz ruhig. Ja, eben. Aufregen. Das ist nur ein Spiel mit putzigen Katzen. Boah. Unglaublich, Alter. Die Kollisionsabfrage hier ist ja auch fraglich, Mann. Oh, warte, Mann. Uck dich doch. Wollte ich ja. Pass auf, sag mir jetzt, dass ich nicht in die Faust reinrennen soll. Renn nicht in die Faust rein. Alles klar, danke. Ich brauche... Pass auf die Kugel noch. Mein Gott, ey. Ich bin einfach... Ich... Komm... Auf... Den... Oh, fuck, mein... Scheiß drauf. Weißt du, ich renne da jetzt einfach lang. Ey, die können mich am Arsch lenken. Hör auf zu lachen. Ich glaube, damit hilfst du mir gerade gar nicht. Vorhin habe ich noch voll die Probleme gehabt. Oh, was? Ich will immer einen Doppeljump machen. Ich weiß nicht, warum. Oh, mein Gott. Alles voller Blut. Oh. Fuck. Warum? Oh, mein Gott. Ich weiß gar nicht, was wir währenddessen erzählen soll. Während du... ...hahaha. 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 Das ist... Das ist so schlecht, wie du gerade bist. Aber hey. Hahahaha. Hahahaha. Wir müssen uns gegenseitig ermutigen. Hahahaha. Oh, oh, oh. Hahahaha. 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 Gleit weg! Hahahaha. 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 Und wenn du mich jetzt getötet hättest... Boah. Hahahaha. Hahahaha. Oh Gott. Gnade dir Gott. Lass mich... Du Wichser. Hahahaha. ...hahaha. Hahahaha. Das ist ja ein Laufband. Fließband. Wie heißen die Dinger? Laufendes Fließband? Oh. Oh. Du musst den anfangen. Du hast vorhin so lange gebraucht. Okay. Hahahaha. Ach scheiße. Ich komm da gar nicht mehr runter. Oh. Oh. Ah. Hey Scotty. Jesus man. Hahahaha. Nein. Gib Gas. Gib Gas. Keine Zeit zu... Hahahaha. 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 Gib Gas. Hahahaha. 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 Fuck. Nein. Wieso... Komm. So schwer ist das Spiel nicht. Nein. Überhaupt nicht. Dennoch geht es eigentlich, wenn man ehrlich sein muss. Ja. Das sind so dumme Fehler die man macht. Ah. Immer zu früh loslassen oder so. Ich muss erstmal den... Oh fuck. Ich muss erstmal den Jump einstimmen. Ah. Guck. Ich lass ihn mal viel zu früh los. Das scheiße. Gerade eben. Oh. Jetzt spring ich überhaupt nicht. Hahahaha. 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 Ich will immer einen Double Jump machen. Aber der macht dann ja... Oh. Oh mein. Ich komm nicht auf dieses blöde Kack-Ding hier. Das ist... Und... No. Was? Oh. Oh. Entschuldige. Ich komm da jetzt gar nicht rüber ey. Oh. Hahahaha. Ist das Kacke, das Spiel. Ey, du wolltest das spielen. Hahahaha. Ja. Das war auch... Oh man. Mein... Oh. Mein Gott. Diese Aufregung. Weißt du, wenn du es einmal schaffst, die Kacke. Und dann... Fuck man. Wieder derbst hart. Ich bleib jetzt hier. Das ist eigentlich... Oh, da ist gar... Ich hab... Dieser scheiß Background. Oh. Hahahaha. Bist du auf den Background gestorben? Schlecht. Ich hab auf den Background geachtet. Ich dachte, ich könnte drauf. Ich hab jetzt so null geachtet. Guck mal die ganze scheiß Kettensäge schon rot ey. Von deinem Blut. Wieso mei? Hahahaha. Ich weiß nicht, was du hast. Ich bin schon drüben. Ein Scheiß bist du. Ich bin ja jetzt mit Absicht wieder... No! Oh! 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 Du Scheiß Snoop du. Komm mal rüber jetzt. Mann, ich warte schon die ganze Zeit. So viel zum Thema. Andere motivieren. Du bist so awesome. Hahahaha. Oh Gott, ich komm da gar nicht rüber erst ey. Jesus. Hahahaha. Wissen Leute, ich höre Luvo ja sehr selten eigentlich irgendwie herzliches Lachen. Aber wenn, dann passiert das nur aus Schadenfreude. Ich bin so schadenfroh. Unglaublich. Ganz ehrlich, Leute. Ich bin... Oh du! Ja? Oh, wenn andere... Wenn's anderen schlecht geht, geht's mir gut. Ah, ich komm! Denzeliertes Spiel wieder. Du springst zu früh. Ah, was? Jetzt spring ich einfach mal gar nicht. Du springst zu früh, sagt der mir. Weißt du was? Und du redest zu viel. Ich rede gar nichts, finde ich. Ich meine... Guck mal, ich bin... Warum?! Du musst auf das Ding hüpfen. Ein Doppeljump, richtig. Auf den Jumper. Und dann musst du nichts drücken. Weil du machst ja... Du kannst ja danach noch einen Doublejump machen. Also nochmal in der Luft dann drücken. Richtig, richtig. Und einfach nur vergessen... Ach komm. Du musst erstmal in das Spiel reinkommen. Weil du bist halt... Du hast ja Super Meatball und so noch nie gespielt. Richtig. Oh, komm. Au! Ey, ganz klar, wenn's so weiter... Ich jump hier ein bisschen rum. Ja, ich würde auch sagen, wenn's so weitergeht... Dann gib mir noch, äh, sagen wir, drei Versuche. Okay. Also, ab dem nächsten dann... Also, eins. So. Ich brauch so ein bisschen... Zwei. Und... Fucktarts! Oh, dieses Dreckschiff. Geh weiter. Geh weiter. Ne, jetzt kommt der dritte. Oh, was schaffst du jetzt? Gott. Ah, das wär schon krass, wie lange das Projekt wohl... Ich geh... Ja. Alter. Gib mir das Zeit. Komm, das schaffst du. Ja, guck. Safe spot. Boah! Oh, boah, ja! Ah! Ist okay. Oh, hart. Okay. Au. Nein! Oh! Ich muss erst mal gucken. Irgendwo... Bleib weg von mir. Go, Lubo! Go, Lubo! Watch that trap! Oh, yes! Oh, fuck, ey. Oh, nein! Da bleib ich lieber hier oben. Ich hab so'n böse Vorordnung, dass da unten noch eine Forst wartet. Ich versuch's einfach. Nein! Ah, fuck. Ja, jetzt muss ich erst mal... Das Level selber ein bisschen upchecken hier. Ah, fuck aufs Checken. Oh, scheiße! Oh, nein! Ist egal, ich war unten, ich hätt's geschafft, alles cool. Ja! Hey! Fuck you! Du! Ich swaffel dich so kaputt, ne? Oh, scheiße! Du Noob. Sag nichts. Wo bin ich da? Hey! Ho! Nein! Einfach mal schön straight an dem Ding vorbeigeflogen. Das ist so leicht, wieso schaffst du das nicht? Ich weiß das nicht. Ich mein, ich würd's schaffen, aber ich... Ah! Jetzt hab' ich die Kugel nicht gesehen, ey. Ich hör' sie die ganze Zeit, ne? Aber ich achte nicht drauf. Oh, shit! Oh! 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 Warte! Ich bin einfach zu ungeduldig! Oh! Bist du hinten? Oh! Oh! Oh, du Bitch! Komm her, Schnuffeltuch! Nein! Kein! Komm, wir chillen! Warte, ich zeig dir mal mein Ass. Vielleicht ist er so'n Ansporn. Wie schnell am Blinzen... Na komm. Warte, ich bin gleich drüben. Ja. Also. Oh, Boss! Ich kann sie nicht sehen! Tu Noob! Oh, Mann! Tod! Ich bin am linken wieder nach oben zu springen, das nochmal zu machen. Damit wird es mich so demütigen auf. Dann zeig ich dir nochmal, wie das geht. Ja, ja, ja. Yeah, fuck you! Ja, ja.